Das ist ein Pseudokettchen, das hast du mir der Dominika gegeben. Das ist Luna von Sengen. Das ist ein Pseudokettchen. Pseudo. Ja, nur ich gehe bei dem dreckigen Boden nicht an den Boden rüber. Hallo, grüßt euch. Geht's gut? Ja, ja, sehr gut. Super, ja, auch gut. Kommt rein. Kann man schon hineingehen oder so? Ja, aber den muss ich erst auspacken. Ja, ja, klar. Also, wenn ich mich hier umziehen darf, ich habe keine Scham oder so. Das ist mein erster Striptease vor Kamera. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine andere Unterhose angezogen. Und hier ein bisschen so zeigen, also gar nicht richtig, aber so. Ich denke, okay, wenn wir hier proben, oder? Ja, ja, okay, danke. Ich denke, okay, danke. Ich denke, okay, danke. Vielen Dank. Ja, ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Das sind insgesamt acht Gruppen, oder acht Sachen, die gezeigt werden. Was noch wichtig ist, bitte, diese Kühe ist sehr dünn, man hört alles durch, was ihr da draußen lacht oder euch erzählt, bitte um möglichst die Ruhe, das ist wirklich sehr störend, wenn man draußen gekichert wird. Die erste Gruppe ist Sumo, das ist eine Sumo-Forein aus Floridsdorf, Georg, Christoph und Georg Junior. Sie werden beim Einlass, hier stehen beim Ring, und wenn alle schon drinnen sind, fangen die an. Ich habe seit einem halben Jahr Panik ertachen, ich kann nicht immer stehen draus. Geht, oder? Der Monitor geht jetzt wieder. Geht, oder? Ja... Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR Eh! Eh! Eh?! Eh! 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 Ja! 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 Vielen Dank. Es ist die Brigade, seid ihr bereit? Ja! Los! 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 Bienenlu,Song Pol ... Los! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? 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 Was ist das?